So, und jetzt kommt die Kür, das Ganze mit Musik. Bitte schön. Wir begeben uns in eine Diskostimmung, wir entspannen uns innerlich, wir machen die Hüfte locker, wir stellen uns in die Mitte des Raumes, es kann auch ein Wohnzimmer sein, ziehen uns innerlich einen goldenen Anzug an, denken, wir sind John Travolta, begeben die Hände locker in die Ausgangsposition, konzentrieren uns auf den rechten Fuß, denn der ist gleich dran, und jetzt, meine Damen und Herren, tanzen auch Sie den Hermanns Hustle. Auf geht's, Achtung, eins, zwei, drei und los, zurück, nach vorn, zurück, nach vorn, die Drehung und drück und Achtung, Hacke, Hacke, Wolle, Wolle, vor, zurück, vor und wieder, rechts und vor, nochmal und rechts und vor, Achtung, Drehung, drehen, drehen, drehen und klatsch, drehen, drehen, drehen und klatsch, Hacke, Hacke, Wolle, wickeln, vor, zurück, vor und ihr seid dran! So, und jetzt seid ihr dran! Viel Spaß!